Ja, ja, Leute, oh, oh, Alter, oh mein Gott, das war der perfekte Anfang, es war einfach der perfekte Anfang, Leute, moin, hi erstmal, was geht ab? Wir werden heute ein neues Game zocken und zwar ist das hier Crashmaster 3D. Warum zeige ich hier eine 6? Ich weiß es nicht, Leute. Wir werden auf jeden Fall heute Crashmaster 3D spielen, ein Spiel, was mega, mega nice ist und ich hab da auch übelst Bock drauf gerade, denn, ihr habt es eben schon gesehen, wir müssen nämlich versuchen, mit unserem wundervollen roten Auto, was wir hier haben, das, by the way, echt mega fetzig aussieht, sagt man heutzutage noch fetzig? Ich weiß es nicht, Leute. Müssen wir irgendwie versuchen, hier durchzufahren, aua, und falls wir es nicht schaffen, aua, dann werden wir ein bisschen, aua, zerquetscht. Oh, ein bisschen ist gut, oh mein Gott, komm schon ins Ziel, schnell, ich will ins Ziel kommen, schnell, wir schaffen es, los, hier, komm schon, oh mein Gott, ich hab nicht aufgepasst, ja, geschafft, oh mein Gott, wir sind einfach so ins Ziel gekrochen, so langsam wie eine Schnecke, ey. Okay, wenn wir jetzt gucken, da sind jetzt so Rollen, die von oben runterkommen, oh mein Gott, okay, okay, passt auf, checkt es aus, Leute. Ich hab schon alles, ich hab das Spiel schon komplett, ich hab das analysiert, Leute, wisst ihr, ich hab mathematisch alles berechnet. Los! Ah! Ah! Fahr! Ah! Oh mein Gott, okay, meine Mathematik ist doch nicht so gut, ganz vorsichtig hier. Pass auf, wir machen das, los! Oh, nee, wir haben es nicht geschafft, Leute, okay? Meine mathematischen Künste lassen zu wünschen übrig, aber... Oh! Wow! Alter, habt ihr das gesehen? Oh mein Gott, oh mein Gott! Ey, dieses Mal hab ich nix berechnet, hallo, nicht driften, fahr hier ein bisschen nach da und so, hier, hallo, da ein bisschen. Alter, man hat auch gesehen, man kann auch hier noch die nächsten Trucks und sowas freischalten, sehr, sehr nice, Leute. Okay, ich glaube, von dem Spiel hier wird es auf jeden Fall noch einen Part geben und Leute, ihr lasst jetzt alle sofort ein Like da, denn das Spiel ist mega nice! Wir können auch upgraden, wir haben jetzt 730 von diesen Gold-Dublonen und wir können hier upgraden. Okay, Durability, Speed. Wir wollen nämlich richtig schnell werden, los geht's! Woohoo! Let's go! Digga, nix berührt! Driften, driften! Wow! Okay, oh mein Gott! Oh mein Gott, Junge, wie weit war das denn? War das schon richtig weit? Ey, guck mal, die tanzen da hinten, Alter! Die Dummies sind am rumtanzen. Nice! Okay, wir haben jetzt schon 80% freigeschaltet für unser nächstes Fahrzeug hier sozusagen. Das ist nämlich so eine Art kleiner Jeep. Ich muss jetzt ein bisschen gucken, okay? Wenn wir jetzt Gas geben, bisschen Gas geben, okay. Ich will nämlich nur herausfinden, wie dieses Ding hier genau... Wie dieses Ding hier genau funktioniert. Aber wir fahren noch! Wir fahren noch, Leute, das ist wichtig. In der Kurve muss man ein bisschen runtergehen vom Gas, damit das funktioniert. Ich schaff das. Ich, ich schaff das. Ich schaff das. Ich schaff das nicht. Ich schaff das nicht. Oh mein Gott, doch! Ich hab's geschafft! Guckt euch diese Karre an! Ich seh einfach aus wie eine Banane! Ah, ich hab so eine Bananenkarre einfach... Oh mein Gott, okay. Aber wir haben es jetzt geschafft. Wir haben jetzt 100% freigeschaltet hiervon. Und zwar gehen wir jetzt hier auf Fortsetzen. Haben wir es jetzt schon direkt? Oh! Tippe auf Spin. Oh, Leute, jetzt, jetzt wird's Bild. Okay, ich liebe sowas. Okay, drückt mir die Daumen. Drückt mir die Daumen. Komm schon, bitte, 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 bitte. Krasses Auto. Ja! Jawohl! Ja, da ist er! Oh mein Gott! Okay, krass. Neues Auto, neuer Jeep. Und wir können das Ding auch direkt mal upgraden auf Level 2. Kann man das Fahrzeug wechseln? I don't know. Man kann das Fahrzeug irgendwie nicht wechseln. Wupp. Okay, nix passiert. Wir sind jetzt einfach mal so durchgefahren. Okay, alles locker, flockig vom Hocker, Leute. Wisst ihr? Wisst ihr? Perfekt. Wir sind 63, 64, 65 Meter gekommen. Alter, da ist ein Ferrari, Alter. Oh mein Gott. Was? Als nächstes kriegen wir einen Truck. Okay. Okay. Leute, bleibt dran. Wir werden den Truck auf jeden Fall freischalten. Das wird bestimmt mega schwer, da durchzukommen. Ah, okay. Es wird dann immer so sein, dass man von Level zu Level dann immer ein anderes Auto bekommt, so wie ich es jetzt richtig verstanden habe. Jetzt kriegen wir zum Beispiel wieder unseren roten. Okay, ich dachte, man kann den auswählen. Dann tun wir den auch mal ein bisschen speed upen. Und schauen einfach mal. Wow. Okay, das war nicht geplant. Wir wiederholen das ganze Ding. Los jetzt! Los, jetzt fahr! Langsam in der Kurve. Und Vollgas hier. Woo! Yeah, Baby! Gib Gas! Yeeha! Oh mein Gott, ey. Okay, okay. 40% freigeschaltet vom Truck. Ah, Leute. Es wird heiß. Es wird heiß. Okay. Tippen Sie auf Spin! Gib mir den dunklen. Los. Let's go! Wir haben wieder unseren Jeep. Okay. Unser Jeep ist freigeschaltet. Das hier wird tricky. Jetzt! Woo! Kann ich wieder landen, bitte? Oh. Jetzt bin ich irgendwie wieder ins Wasser gefallen. Leute, man sollte nicht mit dem Auto ins Wasser fahren. Gib Gas! Oh! Okay, wenn man direkt Gas gibt, dann passiert weniger. Komm schon, fahr durch! Oh. Okay. Wir haben es nicht so weit geschafft, aber okay. Es geht ja auch nicht darum, wer am weitesten kommt, sondern, Leute, der Spielspaß ist es. Der Spielspaß ist es. Okay, ist es wieder der Jeep? Was ist das denn für ein Teil da oben, gell? Check das aus. Check das aus. Los! Das sieht, das sieht einfach aus, aber das ist schon echt schwer. Oh! Nichts berührt. Nichts berührt! Nichts berührt! Oh! Der Jeep hat es komplett vorne zerfetzt. Oh mein Gott! Das wird hier gleich mit dem Truck so schwer, Leute. Ich sage es euch. Das wird gleich so schwer mit dem Truck. Okay. Ich werde jetzt einfach Augen zu und durch. Geschafft! Aber nicht gut geschafft. Fahr um die Kurve, fahr richtig! Fahr! Okay. Das Level ist gemeistert, aber jetzt nicht wirklich mit Bravour. Leute, es ist mit Bravour gemeistert worden. Okay. Danke! Danke! Wir kriegen den Truck! Let's go! Okay, der Truck wird freigeschaltet. Fortsetzen. Booyaka! Okay, jetzt wird's wild. Tippen Sie auf Spin! Gib mir den Truck! Ja! Wir haben den Truck, Leute. Wir haben ihn! Jawohl! Okay. Darauf habe ich mein ganzes Leben lang drauf hingearbeitet, einfach einen Truck zu fahren. Okay. Wir graden das Ding erstmal ein bisschen ab, damit es schneller wird. Das heißt also, jetzt haben wir Speed Level 3. Jetzt wird's interessant. Kann ich Truck fahren oder kann ich es nicht? Gummi! Wooo! Ja, Mann! Oh! Was? Ich reiß einfach alles ab! Junge! Bis zum Ende! Wow! 116 Meter! Alter! Oh, guck mal, das nächste Fahrzeug wird auch crazy. Nice! Okay, wir kriegen wieder unseren Jeep. Das wird gleich mal upgraden, dass wir uns das hier holen. Also ein bisschen hier, äh, Stabilität. Aua! Aua! Autsch, das tut weh. Aua, warum passiert das gerade? Aua! Oh! Jetzt! Alter, Junge! Habt ihr das gesehen? Alter, da will ich nicht drinnen sitzen in der Karre. Oh mein Gott, da will ich nicht drinnen sitzen. Jetzt aber. Jawohl! Nein! Hallo! Hallo? Okay. Hier vorsichtig. Okay. Ich verstehe. Hoppa! Nice! Okay, ein bisschen am Kopf hat es mich gekitzelt. Und jetzt Gas geben! Okay, aber ich glaube, wir kommen nicht so weit wie mit dem Truck. Mit dem Truck kommt man am allerweitesten, weil das Ding ist halt mega, das krasse Teil. Guck mal, wir können hier jetzt so eine Art Mini Cooper oder sowas freischalten. Der sieht auch ganz cool aus. Bitte, ich will noch mal Monster... Ich will noch mal Truck fahren. Bitte noch mal Truck. Okay, gut. Wir nehmen den Roten. Mit dem Roten ist es immer am leichtesten. Mit dem geht es immer am leichtesten. Alter, die Dinger sind ja richtig böse. Ah! Ich bin wieder eine Banane. Na toll. Und an der Rolle scheitert es jetzt, oder was? Nein! Warum ist da denn so eine Rolle? Ich lebe noch. Es funktioniert noch. Hallo? Hallo? Okay. Nein, das war es. Mist! Okay, es hat mich erwischt. Es hat mich erwischt. Aber ich bin im Ziel. Juhu! Jawohl! Nimm noch ein paar Dummies mit. Huh! Junge, 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 Junge. Okay, okay. Wir holen uns jetzt... Wenn wir den Truck... Ich will noch einmal den Truck fahren, okay? Wir holen uns jetzt die Stabilität. Junge! Oh mein Gott! Oh mein Gott, fahr! Ja, Mann! Oh, habt ihr das gesehen, Leute? So fahren echte Rennfahrprofis. Ich weiß zwar nicht, was das mit Rennfahren zu tun hat, aber ihr wisst schon, was ich meine. 1.200 Dublonen oder Geld oder Gold oder was auch immer das ist, haben wir jetzt freigeschaltet. Sehr, sehr nice. Bitte, gib mir den Truck! Gib mir den Truck! Gib mir den... Gib mir den Truck! Okay, ich habe jetzt sehr, sehr viel Geld gespart. 1.300. Stabilität? Stabilität. Mehr geht leider nicht. Okay, gut. Perfekt. Das heißt, wir fahren jetzt mit dem Truck, Leute. Boah! Alter! Komm schon, komm schon, nicht vom Weg abkommen. Mein Rekord! Ich will meinen Rekord knacken! Wir sind wieder 116 Meter, aber wir haben zu 100% den Cooper freigeschaltet und mal gucken, ob wir den jetzt kriegen. Es ist der Mini Cooper. Natürlich können wir den Mini Cooper fahren, meine Damen und Herren. Was ist mit dem Reifen da vorne los? Okay, Speed up, das Ding und dann ist das Ding auch auf jeden Fall schon mal getunt. Ah! 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 Ich wurde einfach komplett schon zerdrückt. Ich wurde einfach schon direkt, die erste Fahrt, die erste Probefahrt direkt schon zermatscht. Wow! Okay! Warum fliege ich aus der Welt raus? Das ist irgendwie eine seltsame, eine seltsame Sache. So, dann müsste ich hier langsam runterfallen. Nice! Ich werde einfach komplett kaputt gemacht gerade. Guck mal, ich habe jetzt ein ganz flaches, dünnes Auto. Junge. Ich schaff's! Ich bewege mich noch. Ich bewege mich noch. Ja! Verschwendet. Leute, aber wisst ihr, was nicht verschwendet ist? Wenn ihr hier dem Video ein Like gebt, weil das war nämlich ein sehr, sehr cooles Video. Und schaut euch euch die letzten Videos an. Die sind alle mega, mega nice. Abonniert den Kanal, falls ihr noch nicht gemeint habt. Wir sehen uns an der Reihe, Leute. Und ciao! Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.